Hallo, ich bin Stefanie Franz und ich bin Heilpraktikerin. Mein Schwerpunkt ist die klassische Homöopathie. Bei der Homöopathie ist mir sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur an der Oberfläche die Grippe, die Erkältung behandelt, sondern dass ich auch in die Tiefe schauen kann und versuchen kann, an diese tieferen Belastungen heranzugehen. Außerdem ist es ein Ausleitungsprozess, das heißt, dass in aller Regel dadurch die Lebensqualität Stück für Stück steigen wird. Und besonders macht mir daran Freude, dass ich Sie begleiten kann auf dem Weg zu mehr Gesundheit. Ich freue mich schon auf Sie!